Die Deutsch-Balten sind eine ursprünglich im Bereich des heutigen Estland und Lettland ansässige deutschsprachige Minderheit, die ab dem späten 12. Jahrhundert als eingewanderte Oberschicht großen Einfluss auf Kultur und Sprache der ortsständigen Letten und Esten hatte. Außerdem spielte der deutsch-baltische Adel eine bedeutende Rolle in der Geschichte Russlands. Aus seinen Reihen kamen zahlreiche russische Minister, Politiker, Generäle und Admirele. Im 19. Jahrhundert spielte die damals deutschsprachige baltische Universität Dorpat eine Rolle im deutschen Kulturleben. Die Deutsch-Balten stellten den Adel und den Großteil des Bürgertums in den ursprünglichen baltischen Provinzen Kurland, Liefland, Estland und Ösel, kaum hingegen in Litauen. Heute sind nur noch sehr wenige deutschsprachige in den baltischen Ländern ansässig. Begriff, als Mitte des 19. Jahrhunderts das gebildete Bürgertum neben dem Adel und den städtischen Beamten als politische Kraft auftrat, kam die Bezeichnung Balten auf. Diese wurde auch in Russland und Deutschland verwendet, ohne Esten und Letten mit einzubeziehen. Der präzisere Ausdruck Deutsch-Balten setzte sich vor dem Ersten Weltkrieg durch. Im Beamten-Deutsch wurde zu dieser Zeit von Deutsch-Russen gesprochen. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde im offiziellen Gebrauch Balten-Deutsche in Analogie zu Volksdeutsche, Sudeten-Deutsche etc., und in Lettland zuerst von der sogenannten Bewegung Erhard Krögers verwendet. Geschichte Die ersten Deutschen kamen ab dem Ende des 12. Jahrhunderts im Rahmen der deutschen Ostsiedlung und der Eroberung des damals noch heidnischen Baltikums durch den Schwertbrüderorden ins Land. Der Schwertbrüderorden konnte das ganze Gebiet des heutigen Estland und Lettland unter seine Herrschaft bringen. Die meisten deutschen Siedler kamen aus den Gebieten des heutigen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Westfalen. Im Unterschied zum weiter südlichen Preußen, das durch den deutschen Orden erobert wurde, kam es im Baltikum jedoch nicht zu einer flächenmäßig größeren deutschen Bauernansiedlung. Das deutsche Element im Land blieb oft das Bürgertum in den Städten, den Großgrundbesitz und die adelige, kirchliche Oberschicht des Landes beschränkt. Zahlmäßig machten die Deutschsprachigen zu keiner Zeite mehr als 10% der Bevölkerung aus. Sie stellten jedoch in vielen Städten die größte Bevölkerungsgruppe. In den häufig von Deutschen gegründeten großen Städten, die sich oft der Hanse anschlossen, blieb das deutsche Bürgertum politisch und kulturell zum Teil bis weit ins 19. Jahrhundert hinein tonangebend. Gesellschaftlich stellte die deutschstämmige Ritterschaft die Oberschicht gegenüber der lange Zeit leibeigenen einheimischen Bauernschaft. Die durch die Ordensritter angestrebte Unterwerfung Litauens gelang nicht. Nach der schweren Niederlage des Schwertbrüderordens gegen die Litauer in der Schlacht von Schaulen 1236 kam es zur Vereinigung desselben mit dem deutschen Orden. Später vereinigte sich das Großfürstentum Litauen mit dem Königreich Polen in der Union von Krevo und die litauische Kultur geriet in den folgenden Jahrhunderten mehr und mehr unter polnischen Einfluss. Die ebenfalls vorhandenen deutschen Minderheiten in Litauen hatten daher eine andere Geschichte und werden im Allgemeinen nicht zu den Deutschspalten gezählt. Frühe Neuzeit im Verlauf der Reformation nahmen die Deutsch-Balten wie auch die estnische und lettische Bevölkerung ganz überwiegend den lutherischen Glauben an. Nach dem Zerfall der Reste des Deutschordensstaates im 16. Jahrhundert geriet das Baltikum zunächst unter die Herrschaft benachbarte Staaten. Der deutsch-baltische Adel konnte jedoch unter den verschiedenen Herrschern seine Privilegien weitgehend bewahren. Nach dem großen Nordischen Krieg 1721 kamen Estland und der größte Teil Lieflands unter russische Herrschaft. Im Verlauf der polnischen Teilungen 1772 bis 95 kam dann auch polnisch Liefland zu Russland. Die Deutsch-Balten konnten sich insgesamt mit der russischen Herrschaft gut arrangieren und die deutsch-baltischen Ritterschaften behaupteten einen Großteil ihrer althergebrachten Rechte. Der deutsch-baltische Adel erlangte großes Gewicht in Politik und Militärrusslands. Zahlreiche Generäle, Admirele und hohe politische Beamte im Zarenreich waren deutsch-baltischer Abkunft. Neuzeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es jedoch zu einer zunehmenden Rassifizierung im Zarenreich. Außerdem kam es zu einem Erwachen des Nationalgefühls der Esten und Letten, das auch stark gegen die dominierende deutsch-baltische Oberschicht gerichtet war. Es kam zu ersten Immigrationswellen der Deutsch-Balten nach Deutschland, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend in eine Minderheitenposition gedrängt wurden. In den meisten größeren Städten, wie etwa in Riga, Dorpat oder Rival verloren die Deutsch-Balten in dieser Zeit ihre seit dem Mittelalter bestehende Bevölkerungsmehrheit. So sank etwa in Riga, bedingt durch den beständigen Zuzug der lettischen Landbevölkerung und auch die zunehmende Ansiedlung von Russen. Der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung von etwa 43% im Jahr 1867 auf knapp 17% im Jahr 1913, während der Anteil der lettischsprachigen Bürger von etwa 23% auf fast 40% stieg und der Anteil der Russen annähernd stabil blieb. Während der Zeit der deutschen Besetzung des Baltikums im Ersten Weltkrieg von 1916 bis 1918 kamen Pläne auf, einen deutsch-baltisch dominierten Staat unter Reichsdeutschem Schutz zu errichten. Auf ehemals deutschem Grundbesitz, den der deutsch-baltische Adel abzutreten bereit war, sollte eine größere Zahl von deutschen Siedlern angesiedelt werden. Nach der Niederlage des Deutschen Reichs fielen zahlreiche lutherische Geistliche und andere Deutsch-Balten im Dezember 1918 und in den ersten Monaten des Jahres 1919 der ersten lettischen Sowjetrepublik zum Opfer. Nachdem sie ihre Unabhängigkeit erlangt und in harten Kämpfen gegen die Bolschewiki einerseits und die baltische Landeswehr und deutsche Freikorps, andererseits verteidigt hatten, enteigneten die neuen Nationalstaaten durch Landreformgesetze die deutsch-baltischen Großgrundbesitzer in Estland und in Lettland zugunsten der landlosen estnischen und lettischen Bauernschicht. Gleichwohl gewährten die beiden baltischen Staaten ihren nationalen Minderheiten eine weitgehende kulturelle Autonomie. Den Schlussstrich unter die mehr als 700 Jahre deutsch-baltischer Kultur setzte der deutsch-sovjetische Nicht-Angriffspakt 1939, der eine Umsiedlung der von den Ideologen des Nationalsozialismus als kerasisch wertvoll betrachteten Deutsch-Balten nach Deutschland bzw. vor allem in die neu eroberten polnischen Gebiete vorsah. Im Vertrag über die Umsiedlung lettischer Bürger deutscher Zugehörigkeit in das Deutsche Reich vom 30. Oktober 1939 zwischen der Reichsregierung und der lettischen Regierung war im Artikel 1 vereinbart, Die lettische Regierung verpflichtet sich, diejenigen lettischen Staatsangehörigen deutscher Volkszugehörigkeit aus der lettischen Staatsangehörigkeit zu entlassen, welche bis zum 15. Dezember 1939 freiwillig ihren Entschluss bekunden, für alle Zeiten aus der lettischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und ihren ständigen Wohnsitz in Lettland zu verlassen. Ein ähnlich lautendes Protokoll war bereits am 15. Oktober 1939 vom estnischen Freistaat und der Reichsregierung unterschrieben worden. Die meisten ordneten sich diesen Maßnahmen widerstandslos unter, gaben ihre lettische oder estnische Staatsbürgerschaft auf und folgten dem Ruf Hitlers. Drohten die nationalsozialistischen Propagandisten doch im Falle des Bleibens mit dem Verlust der deutschen Volkszugehörigkeit, Wer sich in diesen Tagen von seiner Volksgruppe löst, um im Lande zu bleiben, scheidet sich für alle Zeiten vom deutschen Volker. Er muss das wissen, denn sein Entschluss gilt für Kinder und Kindeskinder und er ist nicht rückgängig zu machen. Außerdem schien ein Leben im Machtkreis des sowjetischen Diktators Josef Stalin wenig attraktiv. Die Umsiedlung der Baltendeutschen ging mit der Vertreibung polnischer Bürger aus ihrem Besitz einher, um in den gerade annektierten Gauenwarteland und Danzig-Westpreußen-Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen. Gegen Kriegsende mussten die meist im sogenannten Wartegau-Umposen angesiedelten Deutschbalten erneut ihre neuen Wohnstätten verlassen und Richtung Westen flüchten. Heute versuchen deutsch-baltische Traditionsvereine die Erinnerung an die alte Geschichte aufrecht zu erhalten oder wieder zu beleben. Auch von estnischer und lettischer Seite besteht lebhaftes Interesse, die in den Zeiten der Sowjetherrschaft aus ideologischen Gründen unterdrückten Erinnerungen und geschichtlichen Verbindungen wieder aufleben zu lassen. Ausdruck dessen war zum Beispiel der Wiederaufbau des Schwarzhäupterhauses in Riga. Chronologie 12. Jahrhundert Erste niederdeutsche Handels- und Mischenstationen an der Dünar 13. Jahrhundert 1201 Gründung Rigas durch den Bremer Domherren Albert von Buxöveden, Bischof von Liefland, und Beginn der Unterwerfung der baltischen Heiden durch den Schwertbrüderorden. 1242 Schwertritter werden von den Russen in der Schlacht auf dem Palpussee geschlagen, 1346 bis 1561 Liefland ist Teil des Deutschen Ordens, 1558 bis 1583 Liefländischer Krieg das Ordensgebiet zerfällt, 1561 Privilegium Sigismundi Augusti Die städtischen Stände erhalten auch unter polnisch-litauischer Lehnswohheit das Recht auf den Gebrauch der deutschen Sprache, deutsche Gerichtsbarkeit und Religionsfreiheit. Ende 18. Jahrhundert Zustrom deutscher Akademiker, Handwerker und Theologen 20. Jahrhundert 1919 Kämpfe deutscher und baltendeutscher Freikorps, zunächst gegen Bolschewiki, dann auch gegen die jungen baltischen Staaten, 1919-1920. Bodenreformenteignungen und darauf folgend Emigration vieler Deutsch-Balten. Vor dem Zweiten Weltkrieg stellten Deutsche in Estland und Litauen jeweils 1,6% der Bevölkerung, in Lettland 3,3%. 1939 Ende der Geschichte der Deutschen im Baltikum mit dem deutsch-sovjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag. Im Oktober wurden mit Estland und Lettland Umsiedlerverträge vereinbart. Zum Jahresende waren bereits mehr als 50.000 Deutsche aus Lettland und 14.000 aus Estland umgesiedelt. Die Mehrzahl in die gerade annektierten polnischen Gebiete, die Neungaue, Warteland und Danzig-Westpreußen, die Nachumsiedler, einige 1.000 1940, weitere 7.000 aus Estland und 10.000 aus Lettland 1941 wurden in das Altreich umgesiedelt. 1944-45. Flucht und Vertreibung verblieb in der Deutsch-Balten Richtung Westen, 1945 Deportation der in Estland gebliebenen Deutsch-Balten, 1950 Reorganisation der exilierten Deutsch-Balten in Landsmann und Ritterschaften Heutige Situation Heute existieren noch kleinere Minderheiten von Deutschsprachigen in den baltischen Ländern. In Estland gibt es nach der letzten Zählung noch 1870 Deutschsprachige. In Lettland sind es 3.311 und in Litauen gibt es ebenfalls noch wenige tausend Muttersprachler. Diese Deutschsprachigen sind aber oft keine Deutsch-Balten, sondern zugewanderte Russland-Deutsche aus Sibirien und Kasachstan oder Deutsche, die aus beruflichen oder sonstigen Gründen im Baltikum leben und sich erst kürzlich dort niedergelassen haben. In Estland und auch in den anderen baltischen Staaten entsteht heute zunehmend eine neue Generation von Deutsch-Balten, die sich nach der Unabhängigkeit im Jahr 1991 aus Deutschland kommen dort niedergelassen haben und zumeist sehr gut integriert sind. Sprache Deutsch-Balten sprechen Standarddeutsch in früher Zeit auch Niederdeutsch. Das historische Idiom der deutschen Minderheit im Baltikum wird baltisches Deutsch genannt und besteht nicht nur aus einer besonders gefärbten Aussprache, sondern auch aus einer Vielzahl von Lehnwörtern aus benachbarten Sprachen. Verbände Verschiedene Verbände setzen sich grenzüberschreitend für die Beziehungen zu den baltischen Staaten ein. Deutsch-Baltische Gesellschaft mit 14 Mitgliedsorganisationen Verband der Baltischen Ritterschaften Deutsch-Baltischer Jugend- und Studentenring Deutsch-Baltische Studentenverbindungen Karl-Schirren-Gesellschaft Bekannte Deutsch-Balten Siehe, Kategorie, Deutsch-Balte